Musik Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es mal wieder einen Ersatzvlog, weil nämlich, ähm, ich habe dies Woche eigentlich nicht gemacht. Es ist Freitag und Freitag ist eigentlich ein recht chilliger Tag. Deswegen habe ich gedacht, ja, nehme ich ein paar Cinematics für euch auf. Apropos, ich habe jetzt die Testversion von Final Cut Pro. Ich habe mich gestern und vorgestern mal geguckt, wie das funktioniert, ob es ein ganz geiles Schnittprogramm und so. Habe ein paar YouTube-Videos darüber geguckt, wie verschiedene Effekte gehen oder so. Ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt für euch raus. Es ist Freitag und Freitag und Freitag. Danke. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Weil ein Freund macht es auch und ich finde es ein bisschen blöd, dass er es einfach nicht zeigen will, auf YouTube zum Beispiel. Aber das ist sein Ding und ja, ich mache es halt und ich hoffe es gefällt euch. Und jetzt verabschiede ich mich auch noch. Ich hoffe, nächstes Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das should do it.